Was ist es, die über die Eigenschattengrenze eckige Strahlenkampel? Die Eigenschattengrenze? Die Eigenschatten... Standgesetzen nicht genug. Ja sicher. Wagt doch nicht so dumm. Ich muss nur durch die Matura kommen, ich muss. Gerber, wenn ich das noch einmal sehe, konfizziere ich Ihnen das Heft. Ich kenne den Betreffenden natürlich. Gerber? Nicht klar? Ich muss durchkommen. Ich muss Danke setzen. Nicht genügend. Wenn ich die Matura geschafft habe, werde ich mir die Servette nicht auf die Schenkel, sondern in den Geraden stecken. Also, wenn es um diesen Schlagschatten geht, da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Ja, bekommt keine richtige Antwort von mir. Die Eigenschattengrenze eckige Strahlenkampel. Das Gesetz ist nicht genügend. Nein. Ruhe, sonst verhänge ich allgemeinen Katze an. Professor Matusch beurteilt eine Position in der Schule als sehr pessimistisch, Kurt. Er meint, dass nur die schnellmöglichste Aufnahme eines Hauslehrers Hilfe bringen kann. Sie können sich auf etwas gefasst machen, Gerber. Jetzt machen Sie, dass Sie in die Schule kommen. Das weitere wird sich finden. Ich habe vergessen, dass es in der vorletzten Band keinen Schüler namens Kurt Gerber gibt. Nun ist er da. Er. Gott Kupfer. Wer verdreht dir so den Kopf, Kurt? Danke, Sätzen nicht genügend. 4- какое-